Hallo Leute, Willkommen zu einer Folge des PlaySephara Season 5 mit euren Hiroki und ja, wir fangen an, wir sind hier letztes Mal gewesen und wir... Hallo? Darf ich bitte da raus? Ich komme nicht raus. Okay, das ist nicht Standard. Kann ich hier raus? Ich kann mir nix wo raus. Hä? Wieso komme ich hier nicht raus? Boah, nee, ich muss ja echt eine Wand einreißen. Naja, gut. Dann habe ich ja wohl keine andere Wahl. Mache ich eben mal. Boah, Junge, geben wir ihn. Geht eigentlich das ganze Haus kaputt oder nur ein bisschen? Ich hoffe nur eigentlich die Wand, das wäre eigentlich ganz cool. Natürlich gleich alles. Baumstämme bleiben hier auch nicht über. Na ja. Okay, ist halt so. Ähm... Du gehst nicht kaputt? Oh doch. Okay. Haben wir auch schon alles. Okay. Äh, wir gehen weg. Ausgerüstet mit den Katana. So. Stoff nehmen. Ruhe können wir auch nicht nehmen. Hm, ich habe mir in den Grund, dass wir alles so unendlich nehmen können. Aber anscheinend auch nicht so. Was ist mit dir? Okay. Du gehst nicht. Ähm... Bist nicht sogar prüfer. Ja, jawohl. Ja! Ein Topf. Ich nehm mal mit. Hm. So, wo ist mal ein Ort, wo wir denn das nächstes bauen? Aber mit der Ausdauer muss ich echt ein bisschen schauen. Äh, hier. Das ist doch ganz gut so. Da ist vorhin etwas lang gerannt. So. Wir haben auch ein bisschen Rüstung an uns dran. Das scheint sehr stark zu sein, die Mutantenrüstung. Einfach nur, weil das nur so Organgewebe ist, könnte man sagen. Das sieht man ja, wenn man runterschaut. Ich nenne jetzt auch mal Organgewebe, weil das ist ein passender Name oder ein passender Begriff dazu. Äh, hier ist dieses Loch. Das kennen wir ja. Aber hier bauen hat ich jetzt nicht für eine so gute Idee. Aber wir können hier einmal ein bisschen langlaufen. 82 Holz, 13. Wir können hier theoretisch so Einhausdinge zählen wollen. Einfach nur, um eins hier zu haben. Na, egal. Eigentlich würde ich auch mal so ein schönes Haus bauen. So ein großes. Den kriege ich nicht. Ob ich mich so anschleichen kann? Nee, bringt gar nichts. Okay. Aber es wert. Man muss ja auch mal versuchen. Ich kriege euch, ich kriege euch. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo die sind. Wo sind wir denn hier jetzt? Da ist so eisiger, so eisiges Biom. Mal gucken, was wir hier noch haben. Aber da hinten gibt es auch viele Bäume. Da können wir auch gut bauen. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt voll im Kreis laufen. Aber ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Ein wunderschöner, freier Schmidterling. Jawohl. Nur zwei Stück auf einen. Streich. Ach nee, der ist gelandet. Ah, jetzt wird es dunkel. Jetzt werde ich vorher passen, im Moment in so eine Höhle reinzugehen. Dann haben wir einen Schokoriegel. Ähm, hallo? Muss ich ganz auf den Boden schauen für sowas? Haben wir jetzt hin? Bringt mir anscheinend nix gerade. Na, nicht, dass es jetzt zu dunkel wird. Was? Okidoki. Ich sehe nichts. Oh. 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 aber in dem mond entgegen das ist sicherlich gut hat sie dunkel ist sie schon kacke das ist eine höhle glaube ich dann gehen wir gleich rein war und wieder an das ding jawohl direkt nicht so schön nämlich so schöner boden denn nicht mal so viele köpfe da kann man lang schwimmen weil ich glaube man braucht diesen taucheranzug zu somit habe ich nur eine option und das ist ja nicht den weg runter so haben wir hier was hatte ich mir wieder auf land kommen nein da geht es zurück dir ist kalt und bist nass muss ich am feuer wehren dann machen wir mal das feuer an wo geht es denn darunter bisher keinerlei gefahr chainsaw kettensäge gut dass wir die hier finden so fliegt da die ganze zeit ein arm oder so wir haben jetzt die kettensäge auch gut so einer tod bleibe nur noch ein paar ja ich habe keine angst vor dir ja ich würde sagen ich höre schon wieder so gematscht das sind diese kleinen baby teile da sind sie da sind sie spring zu mir einer ist tot dann scheint noch mehr von diesen dingern so so was wir hier so was immer hier so was immer hier so was immer hier so die mit haben wir nicht nur man kann nur irgendwie basteln man kann da irgendwie sprengstoff draus machen nur wie ist die frage jetzt gerade wie bastel ich eine bombe aus dem kram diese leucht fackeln damit haben wir nicht was ich aber hier machen kann ist hier das hinzusetzen damit ich weiß dass manche damit findet es dann da weitergeht aber jetzt auch hier wo dynamit dran die kraft hast du noch sechs er geht zurück ok hier scheint aber erstmal nichts weiter drin zu sein und das auch nichts geben wir weiter aus kann wo sind wir denn hier ich hoffe nur dass wir hier auch noch dynamit finden halte ich für eine tolle sache was wir denn hier ja Das war's für heute. Anschlächen lohnt sich doch. Hey, waren wir schon mal? Ja krass, aber gibt's hier nicht noch weitere Wege? Na egal, wir haben die Shanesaw gefunden, das ist doch eigentlich ganz cool. Hier waren wir echt schon mal, oder? Ja, jetzt hier... Okay. 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 Drei Geld. aber sich gibt es hier nichts interessantes anscheinend na gut gehen wir nach oben schon krass wie weit wir klettern können